Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe ja im letzten Video das Doji S59 Pro ausgepackt. Wir haben geschaut, was in diesem 10.050 mAh akkustarken Outdoor-Telefon alles drin steckt. Ja, und was haben wir jetzt? Wir haben einfach die Oberfläche Hi There. Das heißt, wir müssen jetzt einfach die Einrichtung machen. Und da habe ich gedacht, da gehe ich mit euch die ersten Schritte mal durch. Kurz zur Info, was ich auch in dem Unboxing nicht gewusst habe. Und zwar, dieses Telefon hat wirklich eine verrückte 16 Megapixel Frontkamera, also diese Selfie-Kamera. Und eine 16 Megapixel Hauptkamera. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn man die so gut gemacht hätte, hätte man die noch besser machen können. Aber das ist echt ein gutes Wort. Wir wählen hier einfach mal aus und gehen hier jetzt auf Deutsch. Da sehen wir auch gleich mal, wie die Oberfläche reagiert. Also das sieht richtig gut aus. Und gehen wir mal auf Starten. Normalerweise ist das ja so, kann man einfach diese Grundinstallation auch ohne die SIM-Karte machen. Man könnte sie jetzt allerdings auch gleich einlegen. Und da würde ich sagen, das machen wir. Wir machen das jetzt nochmal aus. Und da haben wir hier an der Seite unser SIM-Kartenfach. Was ich bei dem Unboxing-Video auch noch nicht wusste. Das hier ist eine frei programmierbare Taste. Hier kann man zum Beispiel eine 112-Nummer oder eine Notfallnummer drauflegen, wenn dann irgendwas ist, dass man hier einfach kurz drücken kann. Und das hatte ich auch nicht gesehen. Und zwar haben wir hier oben auch gut geschützt, weil wir haben ja diese Wasserdichte von IP68 bzw. IP69K. Hier ist eine 3,5-Klinke-Buchse. Da muss das natürlich auch hier so gesichert sein, dass wir im Endeffekt dann halt auch eine Wasserdichte bis 1,5 Meter haben. Es gibt ja unzählige Videos, wo die hier das alles in Wasser getaucht haben. Beziehungsweise diese Vorgänger von diesem Telefon haben sie ja auch dann in eine Gefriertruhe gesteckt. Also da gibt es schon richtig viele. Ja, dieser kleine Hebel ist nicht schlecht. Jetzt holen wir das mal raus. Geht's denn? Ja, so. Und jetzt können wir uns gleich angewöhnen. Wir legen das auf den Kopf und legen dann auch hier diesen SIM-Karten-Stecker hier rein. Er hat auch hier noch eine Dichtung. Dieses Rote ist diese Dichtung, dass es abgedichtet ist. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, was wir hier machen. Weil, wo habe ich sie? Ich habe hier jetzt meine Micro-SD-Karte. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich gehe dann stark davon aus, dass hier doch keine zwei SIM-Karten rein können. Halt, ich bin öfters mal... Ne, das muss ja nach oben zeigen. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel die Micro-SD-Karte. Und hier vorne könnte noch eine SIM-Karte rein. Ist jetzt natürlich fraglich, ob wir hier dann noch eine zusätzliche SIM-Karte rein machen können. Versteht ihr, was ich meine? Weil hier passt ja jetzt nur eine rein. Jetzt muss ich mal schauen. Hier steht, sie können auch zwei Nano-SIM-Karten und eine Micro-SD-Karte einlegen. Ja, also die müssten ja dann reingehen. Wenn die das schon versprechen, dann müsste das funktionieren. Aber wir haben ja hier jetzt faktisch einfach nur Platz für eine. Passt vielleicht auf die andere Seite noch eine? Nein, es passt keine. Also das finde ich ein bisschen schmuh. Das ist ein bisschen doof gemacht. Weil hier steht ja, dass man das mit zwei SIM-Karten und einer SD-Karte... Na, das ist natürlich schade. Weil hier kriege ich keine zwei Nano-SIM. Oder kriege ich hier zwei Nano-SIM rein? Nicht wirklich, ne? Oder? Ich bin auch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wie klein sind denn die Nano-SIM? Wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz in meinem kaputten hier Huawei HANA 8X. Das hat hier oben trotz Panzerglas gelitten. Und ich würde sagen, ich hole die mal raus und wir sehen uns gleich wieder. Ihr seht, was ich meine. Und zwar, das war jetzt durch mein Huawei HANA 8X. Da kann ich hier, Entschuldigung, meine Micro-SD-Karte und zwei Nano-SIM-Karten reinmachen. Und das ist jetzt hier bei dem nicht möglich. Ich muss mich jetzt halt entscheiden und muss hier meine beiden SIM-Karten zuweisen. Und dann würde ich sagen, machen wir das hier auch wieder. Das heißt, ich lasse einfach jetzt meine Micro-SD-Karte weg und mache hier meine SIM-Karten rein. Da schauen wir mal. Einmal hier vorne. In was für einer... Ja, jetzt habe ich es schon wieder falsch gemacht. Ich sage es die ganze Zeit und mache es dann doch falsch. So, die kommt jetzt hier rein. Und dann kommt die andere SIM-Karte rückseitig hier rein. Ja, und wir haben also gar keine Möglichkeit hier mehr, jetzt eine TF-Karte reinzumachen. Ja, also das ist jetzt halt hier nicht die Möglichkeit. Finde ich ein bisschen blöd. Das ist jetzt hier wirklich nicht ausgewiesen. Und wirbt dann natürlich auch nicht sehr großes Vertrauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe mich darauf eingestellt, dass ich hier zwei SIM-Karten und auch noch eine TF-Karte betreiben kann. Wobei man sagen muss, der Speicher wird ja immer größer heute. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Dass man das im Endeffekt auch gar nicht braucht. Mobilfunkverbindung herstellen. Ah ja, der ist jetzt automatisch umgesprungen. Jetzt muss ich kurz die PIN eingeben. Danach hat man jetzt die Möglichkeit, seine Einstellung für die eine SIM-Karte festzulegen. Was man denn gerne möchte. Und jetzt suchen wir hier gerade noch unser WLAN. Und da müssen wir auch noch kurz den Code eingeben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich möchte das hier nicht preisgeben im Internet. Also der sucht jetzt hier eine Verbindung. IP-Adresse wird abgerufen. Und dann müssen wir mal schauen, was er macht. Aber normalerweise verbunden mit dem Internet. Und jetzt fährt er fort, indem er nach Updates sucht. Man muss ja jetzt auch normalerweise noch die Möglichkeit haben, hier das Android zu kopieren. Der fragt ja dann immer, auf welche Art und Weise man das machen möchte. Noch eine kleine Info. Ich hatte ja hier nicht gewusst, ist da jetzt schon ein Glas, eine Folie oder irgendwas drauf? Nein, es war nichts. Das musste man drauf machen. Und hier das einzigste Manko. Das ist ziemlich knapp. Mensch, jetzt habe ich wirklich den Frosch. Ziemlich knapp ausgeschnitten. Und ich habe mir das dann so gemacht, wenn schon die Blase vorhanden ist, dass er unten in Richtung Blitz ist, dass ich oben auf der Kameralinse jetzt nichts habe. Und ich würde sagen, wenn er mit den Updates durch ist, dann melde ich mich wieder. Dann ziehen wir auch das Video nicht unnötig in die Länge. Wir sind wieder da. Das hat er nicht lang gedauert. Vielleicht eine Minute, anderthalb. Apps und Daten kopieren. Jetzt kann man festlegen, was auf dem neuen Gerät übertragen werden soll. Und da kann man entweder auf Nicht kopieren oder auf Weiter gehen. Das heißt, wir machen jetzt einfach Sicherung von einem Android Smartphone. Das ist für mich das Einfachste, weil ich es dann effektiv gesehen von meinem alten einfach rüberziehen kann. Das probieren wir jetzt mal, ob das alles auch so richtig funktioniert. Aber normalerweise unter Android 10 dürfte das sozusagen kein Problem sein. Man muss dann hier in dieses Telefon oder in dieses Smartphone reingehen und muss sich was auswählen. Öffne die Google App auf deinem alten Gerät. Das machen wir sofort. Das mache ich jetzt mal im Hintergrund. Also, das geht auch einfach, wenn man das einfach sagt. Mein Gerät einrichten. Vorher OK. Google. Und dann steht hier erste Schritte für die Einrichtung deines anderen Geräts. Wird das Bluetooth-Modul deines Smartphones aktiviert. Wenn es nicht bereits aktiviert ist. Das ist hier so. Dann gehen wir auf Weiter. Jetzt sucht er nach Geräten. Und dann müsste er im Endeffekt hier das finden. 4, 4, 6, 8. Das bestätigen wir hier mit diesem. Und jetzt steht hier auf dein neues Gerät kopieren. Deine Google-Konten und andere Konten werden kopiert. Und die Daten in deiner Google-Sicherung werden wiederhergestellt. Sofern es eine solche gibt. Kopieren. Nochmal die Identität. Fingerabdruck. Das ist alles gesichert. Und dann würde ich sagen, lassen wir das durchlaufen. Wenn denn hier alles soweit kopiert ist, mache ich noch eine erste Einschätzung. Halt. Wir müssen uns noch hier anmelden. So. Jetzt haben wir es. Und jetzt wird das kopiert. Es geht auf deinem alten Telefon weiter. Na. Was müssen wir jetzt hier wieder machen? Fahr mit der Einrichtung auf deinem S59 Pro fort. Und dann können wir hier auf schließen gehen. Und jetzt werden hier die Kontoinformationen. Jetzt muss ich hier schon wieder weiter. Display-Sperre bestätigen. Das ist echt wunderbar. So. Jetzt haben wir die Display-Sperre für das alte hier bestätigt. Und jetzt geht's los. 2,8 GB von 117 GB. Hier kann ich auswählen. Google-Kalender, Kontakte, Fotos, Gmail, Apps, Kontakte, SMS, Geräteeinstellung, WLAN, Passwörter und mehr. Und die Anrufliste wiederherstellen. Das klappt also richtig gut mit dem Doji S59 Pro. Und wie schon gesagt, danach mache ich eine kurze Einschätzung. Wie funktioniert hier alles? Wischen, tippen. Bis jetzt bin ich hier richtig zufrieden. Ihr seht, das Telefon ist jetzt noch bei der Einrichtung. 37 von 80 Apps. Natürlich muss man halt schauen, was man vorher hier drauf hatte. Aber das geht auch recht zügig. Was habe ich schon in der kurzen Zeit für Erfahrung sammeln können? Das hier unten geht sehr einfach und schnell auf und zu. Genauso wie hier oben für die 3,5 Klinke. Hier an der Seite hatte ich noch nichts gemacht. Also das auch noch nicht hier programmiert. Aber das ist ja möglich. Was sehr einfach einzurichten war, war der Fingerabdrucksensor. Der ist ja hier an der Seite. Und ich habe mir den jetzt so gemacht. Einmal drauf. Man sieht, das geht auch sehr schnell. Oder ich habe den Zeigefinger, falls ich das Telefon einfach mal so halte. Ja, jetzt bin ich ein bisschen schräg drauf gekommen. Also man sieht auch, ja, hier wenn ich nur mit der Fingerspitze drauf gehe, das ist sehr, sehr empfindlich an der Seite. Ja, was hat man ansonsten hier? Eine schicke Oberfläche. Natürlich kann man sich den Hintergrund ändern. Von der Wischerei ist das alles eine angenehme Sache. Ich habe gemerkt, so im äußeren Bereich hat er so leichte Hänger, würde ich nicht sagen. Aber hier muss man einfach schauen, jetzt hat er wieder eine neue App hier installiert und dann springt er immer auf diese Seite um. Ja, da hat er in diesen Seiten, hat er so kleine Probleme, dass er manchmal einfach, na, jetzt will er nicht, den Druckpunkt nimmt. Das ist mir aufgefallen, auch so bei YouTube jetzt ein bisschen stöbern. Was ich zum Lautsprecher sagen kann, der ist schon richtig laut, ist allerdings dann halt auch nicht stark basslastig, beziehungsweise hat hier so mit den Höhen und Tiefen manchmal seine Probleme. Die Kamera habe ich getestet. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ein paar Bilder an. Die habe ich jetzt natürlich auch in dem Moment, wo ich das hier erzähle, noch nicht gesichtet. Aber das hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Videoqualität an. Die interessiert vielleicht auch den einen oder anderen, weil er hier beidseitig mit 16 Megapixel auflöst. Und da blende ich mal kurz was ein. Ja, hallo. Ihr seht hier jetzt mich in meiner gewohnten Umgebung. Ups, jetzt habe ich nicht in die Kamera oben in die Linse reingeguckt. Und ja, ich mache jetzt hier gerade wieder ein Essen für den MCC oder mit dem MCC. Und habe gedacht, ich teste jetzt einfach mal die Kamera. Das ist jetzt die, wo auf mich gerichtet ist. Die hat ja genauso 16 Megapixel wie die nach vorne hin. Und die testen wir jetzt auch nochmal. Ja, der MCC ist am Laufen hier. Noch eine Minute 25. Ich muss mich sputen. Dann geht es nämlich mit dem Video weiter. Und jetzt schauen wir gleich mal, wie der hier mit dem Licht klarkommt. Wir schwenken jetzt einfach mal rüber. Schwenken mal so in das Licht hier rein. Da oben Stativ. Und gucken dann einfach mal, was Brauchbares im Endeffekt aber rauskommt. Und ich bin natürlich auch auf den Ton gespannt. Wie sieht es aus? Scharfstellung? Ja, das macht da eigentlich recht gut hier die Kamera. Ihr habt euch jetzt einen Eindruck machen können in Bezug auf Bild und Ton. Der Videoqualität von diesem Dolce S59 Plus. Und alles weitere. Die ganzen Tests mit Wassertauglichkeit und dieser Falltest. Da guckt er bitte bei anderen YouTubern mal nach. Ich gucke, ob ich unten irgendwas verlinke. Also die hatten das schon in der Gefriertruhe. Die haben das wirklich schon runterfallen lassen. Will ich jetzt nicht gerade mit einem neuen Telefon machen. Weil ich will ja auch eine lange Zeit was davon haben. Und ansonsten mache ich noch ein Fazit. Und ich würde sagen so in sechs bis acht Wochen. Weil dann habe ich hier einfach viel ausprobiert. Hatte das unterwegs. Das ist ja auch schon ein kleiner Trümmer. Aber da muss man sich zwangsläufig mit auseinandersetzen. Jeder weiß, wenn er sich so ein Outdoor-Telefon holt, dass das mehr Gewicht hat. Und auch ein bisschen mehr Umfang. Was mich jetzt schon am Anfang ein bisschen stört, ist die Notch hier oben. Die haben sie so weit nach unten gemacht. Man hätte hier oben noch Platz gehabt. Aber naja, das ist Jammern auf großem Niveau. Jetzt bekomme ich hier auch wie viele Nachrichten von Google. Und dann verabschiede ich mich mit diesem Video. Wer nochmal, na, wieder zurück. Wer nochmal das Unboxing sehen möchte, einfach unten in der Beschreibung. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch. Stellt die Fragen bezüglich dieses Outdoor-Telefons der Marke Doji. Und abonniert gerne meinen Kanal. Da verpasst ihr keine weiteren Videos. Und mit dem wechselnden Display oder Menü verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017